Ständig diese Albträume, die mich plagten, etwas Unerklärliches verfolgte mich. Ich wurde ein Teil der Geschichte, ohne dass mir bewusst wurde, das heilige Buch. Ich habe meine Sprache, wie ich meine Sprache, wie ich meine Sprache, wie ich meine Sprache, wie ich meine Sprache. Und jetzt lag es in meinen Händen, die Geschichte neu zu schreiben. Im Namen des Gesetzes von Forrest Wrench. Verhaftig sie wegen dreifachen Mordes. Wir Menschen haben das Dynamit davon. Eine Ratte wird niemals eine Rattenfalle bauen. Walter, was passiert hier? Was geht hier vor? Amen. Vielen Dank. Vielen Dank.